Hallo, mein Name ist Roland Mayer, Remax Immobilie. Heute zeige ich Ihnen Schmuckstücke aus dem Erstbesitz. Kommen Sie mit! Eine grosse Küche, offen zu Esssecken und Wohnzimmern, genau so möchte man heute wohnen. Wie Sie gesehen haben, ist das ein top gepflegtes Haus. Ein Haus aus Erstbesitz, bewohnt als Zweipersonenhaushalt, gepflegt, dass das Haus auch heute noch so dasteht wie neu. Hat es Ihnen nicht gefallen und könnten Sie sich da wohlfühlen? Dann freue ich mich, Sie persönlich kennenzulernen und auf Ihren Anruf. Ihr Roland Mayer, Remax Immobilie.